Hallo, ich heiße Ruben und ich lebe in Madrid, aber ich studiere in Alcala meinen vierten Deutschkurs. Diese Stadt ist über 2000 Jahre alt, weil ich von Roman unter dem Namen Compluton gerunden wurde. Und unter dieser ganzen Geschichte ist mein Lieblingsplatz zweifellos. Die Universität Diese wurde von grundlegenden Isneros in 2019 erworben und viele Persönlichkeiten aus Spanien haben hier studiert, wie Gebedo, Lope de Vega oder Frau Luis de Leon. Es ist nicht nur eine der wichtigsten Gebäude der Stadt, sondern auch eine der ältesten und wichtigsten Universitäten der Welt. Hier habe ich einige meiner besten Freunde und viele wichtige Leute in meinem Leben getroffen. Guraldiess und vieles mehr halte ich eher für einen der wichtigsten Orte der Stadt und von allen für mein Lieblingsplatz. Guraldiess. Guraldiess. Guraldiess.